Also diese Pickups finde ich ganz, ganz schlimm bis jetzt. XXL Fashion Pack Opening, 500 Euro. Krank, krank, Freunde. Da müssen wir natürlich reinschauen, was da bei Mahn abgeht. Geht ab, Leute, mein Name ist Mahn und willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Wir haben heute ein... Mahn, es wird wirklich Zeit für neue Schuhe. Es wird wirklich, wirklich Zeit, Bro. Fashion Pack Opening am Start, Leute, ihr wisst Bescheid. Mahn, nach langer Zeit zeige ich euch mal das, was ich mir in den letzten, vergangenen Wochen, Monaten gekauft habe. Monaten? Ich muss ja, by the way, sagen, normalerweise mache ich das immer so jeden Monat. Aber momentan, sage ich mal, in den letzten Monaten zumindest, war das Ganze nicht möglich, weil ich mir einfach so wenig gekauft habe, weil ich auch nicht shoppen war jetzt unbedingt. Jetzt in den letzten Wochen... Außer war bei Zara in Österreich. Ich war in Österreich, war erster Move, er geht zu Zara. Wochen habe ich mir auf jeden Fall einiges gekauft und ich habe hier auf jeden Fall sehr vieles gerade am Start. Also ich kann euch das ja mal zeigen. Tüten, technisch, müsst ihr auf jeden Fall... Ja, okay. Also so ein normaler Shop bei Weekday, Zara und so weiter, okay. Zu den Klamotten, die ich mir gekauft habe. Ich muss sagen, ich habe mir sehr viele Basic-Klamotten mal wieder gekauft, aber auch mal ein paar Sachen, die eventuell etwas ausgefallener sind und man eventuell von mir, denke ich mal, nicht erwartet. Deswegen würde ich mal straight anfangen, hier mit der ersten Tüte, hier von Weekday. Ich war jetzt vor kurzem bei Weekday einkaufen. Das Ganze hier habe ich auch schon mal im Stream vorgestellt. Sagt mal an, das ist er komisch. Weekday Stream? Ja, das wissen wir doch eh. Ja, stimmt. Maxl, was machst du denn so? Bist du denn so überrascht? Der Streaming-Highlight ist auch schon online. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht so krass drauf eingehen. Passt. Und zwar diesmal in einer schwarzen... Ja, wow, die steht ihm aber sehr gut. ...etwas verwascheneren Farbe und die Jeanshose habe ich natürlich auch gekürzt. Was ich jetzt noch an der Jeanshose verändern möchte, ist, hier unten eventuell mit so einem Pfeiler werde ich hier nochmal hier rüber gehen, damit hier so kleine einzelne Rips entstehen und das Ganze ein bisschen so... Hat er die nachschneiden lassen? Es sieht unten... ...einzelne Rips... Rips, das schaut unten so ein bisschen aus, als hätte er die nachschneiden lassen, also kürzen. ...und das Ganze ein bisschen so diesen Wasted-Look hat. Ich habe für die Jeanshose 50 Euro bezahlt und die Jeanshose sind halt einfach von der Quali... ...eigentlich so ähnlich wie Levi's Jeanshosen, einfach sehr gut und mich haben die auf jeden Fall überzeugt und ich finde auch den Fit sehr nice. Wir haben hier ein... Die Gucci-Schuh hat er immer noch ehrlich verständigt, warum er sich nicht von ein paar Schuhen dreht, von denen vor allem. Boah, die sind so hässlich, also für mich. Great Leg, also einen geraden Schnitt, geht eventuell sogar ein bisschen in die Richtung von... ...Baggy. Ich glaube, das ist so die breiteste Jeanshose, die ich momentan besitze und das ist hier der Barrel-Schnitt. Finde ich auf jeden Fall cool von der Farbe, ist eine ganz einfache Jeanshose, ihr wisst Bescheid. Als nächstes habe ich hier diese Mütze von Weekday. Boah, die fühle ich gar nicht, Bro. Echt jetzt auf Golfer oder was? Auf Golfer im Winter? Die Mütze war im Sale, ich glaube für 8... Ja, und dann hat man sich gedacht, uh, für 8 Euro kann man schon mal eine Kappe kaufen, sonst kaufe ich Kappen für 50 Euro. ...euro und für 8 Euro dachte ich mir, Digga, ich nehme die einfach mit. Ich fand die irgendwie cool, so auf kuschelig angelehnt, ihr wisst Bescheid. Fit muss ich sagen, ist jetzt nicht der niceste Cappyfit. Aber ist egal, 8 Euro. Und deshalb habe ich mir nochmal hier die gekauft, hier kommen wir auf jeden Fall aber auch gleich zu. Aber ja, Digga, für 8 Euro dachte ich mir trotzdem, nehme ich die mit. Ich muss sagen, die hält gut warm, also falls es mal ein bisschen kälter ist, ist die auf jeden Fall entspannt zu tragen. Und 8 Euro, Digga, ganz entspannt. Bro. Ich bin gerade auf die Mütze hier eingegangen, ich habe mir eine neue Cappy gekauft. Echt? Ah, die ist neu, die andere war grau, die ist jetzt grau-blau. Ah. Von Dutch, hier die alte, die habe ich... Man, mit seinem Top steht ihm sehr gut. Ah, okay, das ist der alte oder was? Ich habe die öfters getragen und mir haben die von Dutch Caps eigentlich sehr gut gefallen. Ja. Deswegen dachte ich mir, ey, ich wage mich nochmal an einer neuen ran. Ich fand die vom Design her irgendwie cool. Ja, kann man machen, ist nice. Von den Farben her passt das Ganze eigentlich sehr gut zu dem, was ich gerade momentan anziehe. Und zwar, ja, diese Grautöne feiere ich momentan sehr. Und dieser dunkelblau-Ton passt auch. Also ich muss echt sagen, von allen Fashion-Youtubern, jetzt gar kein Front am Mann, aber von allen Fashion-Youtubern spricht mich seine Schuh-Sammlung am allerwenigsten an. Also da steht echt kein Schuh, bis auf den, den habe ich selber, den ich auch gerne hätte. Also da sind wir auf einer ganz anderen Wave-Man und ich... Auf jeden Fall auch sehr gut zur Cap, finde ich. Für die Cap habe ich, glaube ich, 40 Euro bezahlt, wenn ich mich nicht täusche, von Amazon. Davon werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal einen Link in der Beschreibung reinpacken. Allgemein von allem, was ich finde, werde ich euch auf jeden Fall noch einen Link reinpacken. Also checkt auf jeden Fall die Beschreibung ab. Kommen wir zum nächsten Kleidungsstück und noch zum letzten Kleidungsstück von Weekday. Und zwar habe ich mir hier noch einen Pulli gekauft, auch im Angebot für... Ja, so einen Strick-Hoodie, aber den fühle ich auch gar nicht. Das ist so ein... So diese ganz alten Skater-Vibes, so auf Blind, wer sich noch erinnern kann. Auf Krampf so ein bisschen in die Richtung. Und das auf einem Strick... Pfff... Das ist gar nicht mein Fall. Oh mein Gott. 20 Euro sieht man hier auch gerade... Ja, da hat er sich halt auch wieder gedacht, 20 Euro. Also das Ding ist halt, das hat schon einen Sinn, warum die Sachen so günstig sind. Weil die meistens so kacke sind, dass sie kein anderer Mensch mitnehmen will. Und nur weil sie günstig sind, sollte man sich dann... Sollte man... Nur weil man sich denkt, wow, so wenig für einen... Du ziehst es ja trotzdem nicht an. Oder von mir ist... Ah, I don't know. Also das Ding finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist so das Kleidungsstück, was ich bis jetzt noch nicht anhatte. Ja, verstehe ich auch. Ich fand diese Graffiti-Schrift irgendwie cool. Pfff... Erinnert so ein bisschen an Vetements, muss ich sagen. Gar nicht. Ich meine, ich weiß, was du meinst, aber... Aber hier mit diesen Babyblown-Konturen fand ich das Ganze cool. 20 Euro hat mich das... Ja, aber fit ist gut. Wenn das Ding nicht wäre, ohne den Ding da oben wäre der Fitbombe. Das Ganze kostet... Also es ist jetzt nichts, was ich glaube ich jeden Tag tragen würde. Ja, ist auch besser so. Gelegentlich so ein cooles Piece. Ja, entspannt, Digga. Zwar nicht... Aber angezogen viel besser. Kann man machen. Ähm, ich weiß bis heute nicht genau, was hier draufsteht. Ich hab's... Ist doch wurscht, was auf so Sachen draufsteht. Wenn da irgendeine rechtsradikale Parole draufsteht, ist doch egal. Kann doch eh keiner lesen. Ich hab's nicht gegoogelt. Ich kann's auch nicht entziffern. Aber vielleicht werden wir in den Kommentaren unter diesem Video hier etwas schlauer. Ich war heute bei Snipes und hab wieder, ähm, ja, ein Sale gesehen, Digga. Der Sale-Spezialist. Mann, der größte Schnäppchenjäger, den es gibt im Fashion Game. 10 Euro dieser Nike-Cappy in ganz Weit... Er kauft halt das, was günstig ist. Er macht halt... Er ist so wie meine Oma. Die geht herum und wenn die sieht, da ist was extrem günstig, dann denkt sich die, das kaufen wir einfach, weil es günstig ist. Egal, ob's dir gefällt. Es ist günstig. Und somit denkt man sich, man hat einen Schnapper gemacht. Und im Endeffekt trägt man das dann nie. Eine stinknormale weiße Nike-Cappy. Hätte die 30 Euro gekostet, hätte er die nie geholt. Aber so hat er halt, keine Ahnung, 10 Euro dafür bezahlt und nimmt's mit. Also diese Pickups finde ich ganz, ganz schlimm bis jetzt. Bis auf die Van Dach Cap. Ja, die war wahrscheinlich auch im Sale. Ich bin auf jeden Fall mit, äh, weil ich hab selber keine weiße Cap und ich trage im Moment sehr viele Cappies, weil ich meine Haare gerade lang wachsen lasse für einen bestimmten Haar. Okay, ja, dann hat's wenigstens einen Grund. Haarschnitt und, ähm, ja, momentan bin ich ein Cappy-Liebhaber. Auf jeden Fall haben wir hier eine Nike Cap. Ganz einfach weiß, hier ein Nike-Logo. Kann man nichts mit falsch machen. Ich hab die für 10 Euro gekauft. Die war von... Weil ich's gewusst hab. 3... 21? 20,99 Euro reduziert, also auch... Krank, wieder mega viel Geld gespart. Ein ganz entspannter Preis zu der, kann man auch nicht viel sagen. Also ich glaube, es ist notwendig, dass wir dem A an ein bisschen was von der Kollektion schicken, damit er nice Sachen auch hat und nicht Geld dafür ausgeben muss. Weil er ist ja noch mehr begeistert, wenn er es überhaupt gratis kriegt. Fit-Technisch ganz okay. Also ich find die auf jeden Fall ganz cool. Und die kann man auf jeden Fall jetzt, wenn man, keine Ahnung... Ich bin momentan öfters mit Jogginghosen unterwegs von Nike. Deswegen kann man die auf jeden Fall so mit rocken. Weiter geht's mit Zara. Heute war ich auch bei Zara einkaufen. Aber ich zeig euch erstmal was anderes, was ich mir von Zara gekauft habe. Wer den letzten Vlog verfolgt hat, ich war ja in Wien und dort hab ich mir eine Weste gekauft, weil in Wien... Die ist cool. Die ist sehr, sehr nice. Die hat auch schon getragen. Die fitet ihn perfekt. ...war alles ganz normal offen. Und das war zu der Zeit, wo das in Hamburg nicht möglich war. Und ich bräuchte unbedingt eine Weste. Und ich hatte on-stream gesagt, dass ich mir eine Weste kaufen möchte. Und das war dann im Endeffekt diese Weste hier. Ich hab die mir dann direkt vor Ort gekauft. Ähm, ja. Eine ganz einfache Zara-Weste. Die Weste hatte eigentlich eine Kapuze. Ich weiß nicht... Okay, wo ist die hin? ...wo die Kapuze hin ist. Ich find sie nicht mehr, weil ich die Weste auch allgemein... Egal. Wenn du das nächste Mal bei Zara bist und sie bieten Kapuzen für 5 Euro an, wirst du sowieso wieder zuschnappen. Dann kannst du die da wieder drauf montieren. ...eine Kapuze trage. Aber ich sag euch mal so, bei der Kapuze verpasst du auf jeden Fall nichts. Ich find die Weste ganz einfach und entspannt. Die Weste hatte hier so ein Zara-Patch. Dieses Patch hatte ich einfach entfernt, weil ich mir dachte, ey, ich will die Weste einfach basic tragen und... Ja, auch mit dem Essentials-Hoodie dazu. Top, top, top. Ich find auch eine sehr schöne Farbe bei dem Hoodie. Ähm, ja. Ist eine ganz coole Puffer-Weste. Hält auch warm, wenn man jetzt, sag ich mal, einen dicken Pulli drunter trägt und ist so 8, 9 Grad. Und geht das ganz fit. Die Weste hat mich... Ich hab keine... Ich hab nur eine einzige Weste und die weiß ich nicht mehr, wo die ist. Aber sowas trage ich eigentlich nie. ...und 20 Euro gekostet. Die war im Angebot von 60 Euro, glaub ich, reduziert. Auch ein sehr guter Preis. Aber so eine weiße mit einem gelben Hoodie dazu? Oder babyblauen Hoodie? Uh, wild. Ähm, kommen wir zum nächsten Kleidungsstück. Das ist jetzt aus der neuen Zara-Kollektion, wenn ich mir nicht täusche. Das hab ich mir heute gekauft. Momentan sehe ich öfters so Regenjacken, die, ähm, cool aussehen. Und ich dachte mir, ey, ich kauf mir auf jeden Fall auch eine Regenjacke. Ich komm aus Hamburg so und, Digga, in Hamburg regnet das eigentlich jeden Tag. Ähm, deswegen hab ich mir hier diese, ja, Rain-Jacket, sag ich mal, von Zara gekauft. In dieser sehr coolen Farbe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Farbe rüberkommt, aber ich kann euch eins sagen. Es ist jetzt nicht zu 100% weiß, sondern in dieser weißen Farbe ist noch so ein leichter Babyblau-Ton mit drin. Und ich fand das einfach sehr cool, auch vom Fit her, äh. Ich find's eh witzig, was er sich so holt. Vor allem, wenn er glaubt, es ist was günstiges. Ähm, entspannt, ist eine sehr leichte Jacke. Und sowas ist auf jeden Fall sehr nützlich, wenn man in Hamburg unterwegs ist. In Hamburg regnet das gefühlt immer und... Ja, das ist aber eine H&M-Jacke. Da regnet es zweimal und du bist bitchnass. Ähm, so eine Jacke hab ich auf jeden Fall auch gebraucht. Ähm, die Jacke hat mich 60 Euro gekostet. Ich fand... Das ist aber schon viel, Mann. Ob du dein Schnäppchen gemacht hast, ich weiß nicht. Ich glaub, das ist doch ein Regionalpreis. Von der Quali, vom Fit her eigentlich ganz okay. Also die 60 Euro passen da auf jeden Fall gut hin. Ähm... Da würden Vincent und Willi was anderes sagen. Ich würd mal sagen, wir gehen jetzt straight drüber zur nächsten Jacke. Die Jacke hab ich mir jetzt, sag ich mal, auch vor zwei Monaten, glaub ich. Oder vor einem Monat im Stream gekauft. Ähm, ich hatte die Jacke dann, sag ich mal, doch nicht von der Seite bestellt, sondern ich hab die mir bei Ebay gekauft. Weil der Versand von dieser Jacke einfach einen Monat dauern würde. Und da dachte ich mir dann, scheiß drauf. Und zwar haben wir hier eine Pastellblaue. Die sieht doch genauso aus, wie deine Balenciaga-Jacke. Warum nochmal eine günstige Variante davon kaufen? Pufferjacket. Damit er mit dir im Club flexen kann und sagen kann, es ist die Balenciaga-Jacke. Und wenn die dreckig wird, hat er die echt immer noch. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von Pufferjackets. Und ich hab da eigentlich die perfekte gefunden. Das Ganze kann man sich von Cozy Essentials bestellen. Ich hatte halt, wie gesagt, keinen Bock auf diesen einmonatigen Versand. Deswegen hatte ich mir die dann von Ebay gekauft. Bei Ebay hab ich 50 Euro bezahlt. Die war auch dann neu. Ähm, bei Cozy Essentials zahlst du dann, glaub ich, 100 Euro. Ich muss sagen, die Jacke hält einen auf jeden Fall sehr warm. Also, ich hatte die jetzt bei Minusgraden... Blöde Frage und ist auch überhaupt kein Front. Aber geht die zu ordentlich? Oder wird die dann zu eng? Die Jacke hält einen auf jeden Fall sehr warm. Also, ich hatte die jetzt bei Minusgraden an und ich... Mir war jetzt nicht kalt unbedingt. Okay, sehen wir jetzt eh gleich. Das ist ja eigentlich ganz cool. Also, ähm, ich hatte... Ach, ja, passt. Ich hatte da auch ein Foto auf Instagram gepostet. Und das Foto kam auch eigentlich recht gut an. Er schaut einfach so cute aus, wie er da steht. Wie er schaut. Er schaut ja nicht süß aus, und sag mal, Hahn. Ohne Spaß jetzt, Leute. Mah, Alhamdulohem. Bester Mann. Ähm, 100 Euro für die Jacke kann man sich auf jeden Fall ziehen. Als nächstes habe ich hier ein Pullover von A3B. Wäre das letzte Fake or Realized Out. Ist das jetzt die Zweitmarke von ApoRed eigentlich? Jack, wie du gesehen hast, weiß Bescheid, die Jungs... Nach, äh, Deadstock, jetzt A3B. So viel Werbung wie der für die macht. Wir haben ein Pullover entstellt, wo echte Diamanten drauf sind. Ähm, es war auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Der Pullover wurde auch schon gedroppt. Okay. Ähm, deswegen... Und was kostet der dann? Ähm, ich glaube, da ist noch alles ausverkauft gewesen. Ich zeige es euch einfach mal trotzdem, weil ich den Pulli irgendwie voll cool finde. Die Quali ist... Ja, ich feiere irgendwie... Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen bei Willi und Vincent und so weiter. Ich mag es halt prinzipiell. Diesmal hat man bei mir schon mal verloren, weil man es so wie jeder andere macht. Nämlich einfach fett da seinen Marknamen draufdrucken. Das geht nämlich nur, wenn man bei MEM Art Destructeur ein Shirt rausbringt, wo das MEM-Logo fett hinten oben ist. Sonst ist das nämlich immer tabu. Na, Freunde, ihr wisst, was ich meine. Das kritisiere ich halt immer. Aber... Ja, da... Keine Ahnung. Einfach E3B und... Ist nicht so mein Vibe. Nice. Der Schnitt ist nice. Und die Farbe ist halt extrem cool. Also ich stehe auf dieses Babyblower. Das Artwork und die Schrift finde ich auch cool. Ähm, kann man auf jeden Fall rocken. Also da haben die Jungs... Ja, was kostet das dann, wenn da echte Diamanten drauf sind und gehen nicht beim Waschen runter? Was ist, wenn man dann verliert? Auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet. Also das waren so alles so eher die günstigeren Kleidungsstücke. Jetzt komme ich mal zu den etwas teureren Kleidungsstücken. Ähm, und zwar habe ich hier eine StockX-Tüte am Start. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag, ähm, am 23. Februar. Und meine Freundin hatte mir einen Pullover bestellt von StockX, der eiskalten monatelang versandt hatte. Das war auf jeden Fall ein bisschen nervig. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie mir das bestellt hat. Wir haben hier eine Essentials-Tüte von Fiorot. Ähm, und hier drin ist ein Essentials-Pulli. Ja, den, den er schon angehabt hat. Okay, der ist auf jeden Fall sehr cool. Sie hatte in einem meiner Videos sehr gut zugehört, wo ich mal gesagt habe, dass ich mir auf jeden Fall eventuell mal was davon zulegen möchte. Ich muss sagen, die Quali ist halt echt geisteskrank. Der Fit ist nice. Hier und da sagt der ein oder andere, ey, das ist kein Basic-Pulli. Hier steht ganz dick Essentials drauf. Ich finde es trotzdem cool. Es ist momentan auch ein Hype-Ding. Aber die Teile sind halt echt nice. Also von der Quali und von der Verarbeitung kann man die auf jeden Fall echt tragen. Und, ähm, ja, ist ein cooles Kleidungsstück. Ich glaube, wenn ich mir nicht teute, die Teile kosten momentan so ein Style auf StockX so circa 200 Euro, Leute. Also ist es auf jeden Fall ein cooles Teil. Und ich freue mich. So, kommen wir jetzt zum letzten Kleidungsstück, was ich mir so zugelegt habe. Der eine oder andere sollte wissen, was hier drin ist. Also welcher Schuh hier drin ist, weil ich den schon mal in einem Vlog vorgestellt habe. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, ich zeige euch das Ganze nochmal. Und zwar haben wir hier den Nike Dunk Low Community. Ah, ja, ja, der ist nice. Die Garden. Aber den haben wir doch schon gesehen, weil den hat er sich ja im Video gekauft. Den wird wahrscheinlich nicht jeder fühlen. Aber ich finde, der ist halt extrem. Hat er auch schon auf Instagram getragen. Cool getan, sage ich mal. Im Resale kostet der Schuh so circa 450 bis 500 Euro. Also ich finde den extrem nice. Und ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere den eventuell nicht so fühlt, weil das auf jeden Fall ein gewöhnungsbedürftiger Schuh ist. Okay, Freunde. Das war das Unboxing von Mahan. Für mich waren... Also es war für mich diesmal bis auf den Hoodie... Den würde ich vielleicht auf Krampf noch nehmen, weil ich den Farbton irgendwie... Nein, es wäre nichts dabei für mich. Also bei diesem Unboxing... Ja, oh ja, die Jacke vielleicht. Ja, komm, von mir aus nehme ich die Jacke noch. Aber ansonsten hat mir da echt nichts gefallen. Da waren auch viele katastrophale Dinge dabei. Hose, okay. Okay, aber wildes Unboxing von Mahan, liebe Freunde. Nichtsdestotrotz, auch wenn es nicht unser Geschmack ist, Props gehen raus an Mahan.